So, jetzt geht's wieder weiter mit Captain Toad auf mein Nintendo Twitch. Lebe gut und lo... lebe wohl, Loot-Drache. Was? Was ist denn da so ein Level? Alter, jetzt. So, jetzt geht's mal. So, jetzt geht's mal. So, jetzt geht's mal. So, jetzt geht's mal. Oh, ja. Haha. Das Rätsel der Rotationsruine. Hmm... Hmm... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, oh leid, was reingelaufen. Ich kann hier rein. Hm. Nein. Nein! Ah! Schreie rum! Ah! Schreie rum! So, nun... Hier lang... Ja! Ok... Wo ist der nächste Stern? Da unten... Ok... Ok... Hm... Aber hier hätte ich auch noch kein Stern... Ah! So... Ok... 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 Ich bin schief, ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief. Ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief. Ich bin schief. Ich bin schief. Ich bin schief. Ich bin schief, ich bin schief, ich bin schief. Keine Ahnung. Weiß sie nicht. Wächter der Wackeltreppen. Wächter der Wackeltreppen. Das war's für heute. Das Level ist schon cool, habe ich mir gemacht. Dann, dann, dann. Was warten. Dann, dann, dann. Dann, dann. Dann, dann, dann. Okay. Okay. Mit dem Geheimen Goldpilz. Jetzt machen wir die Kirsche wieder, weil wir beim letzten Mal, also gestern, ähm, mit dem, ähm, die, 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 die Hacke genommen haben. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann Schade. Easy. Easy, easy, easy. So, Schalter im Ziergarten. 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 Schade. Glasröhrengewölbe. Das sieht schon cool aus. Das sieht schon cool aus. Okay, wie kommt man da hin? Das sieht gut aus. Das wird ja schwer, das wird so schwer. Wir dürfen uns nicht mal treffen lassen. Nein. Na scheiße, hoffen sie nicht. Scheiße, hoffen sie nicht. Scheiße, hoffen. Ah, siebzig Münzen, du? Okay. Ich dachte, ein Goldpitz. Ja, aber wenn man bestimmt alles einsammelt, muss man den Goldpitz sammeln. Da gibt er fünfzig. Hier bin ich! Okay. Ja. Hier muss man bestimmt alle sammeln. Aber ich zum Glück bin ich nicht so einer, der alles auf 100% macht. Dem Vogel auf dem Ferse. Hallo? Ja, ich glaube. Ja, ich bin nicht so. Oh, nein. Ich bin nicht so. Oh, nein. Mitternacht im Wandelland. Okay, da will ich auch noch lang. So, kurz warten. Okay, hier ist das Schlüssel. Hier oben eine Piste. Hier oben. Hier oben. Hm. Okay. Okay, ein Diamant fehlt uns noch. Hm. Hm. Hm, wozu sind die da? Okay. Ah, okay, okay. Yeah. So. 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 Wir bleiben im Goldenblitz. Haben wir nicht gefunden. Aber Pisteltod wollen wir finden. Wo kann er sich verstecken? Und die kann er sich überall verstecken. Blame. Hoch hinaus mit Doppelkirschen. Um. Here I go. Here I go. Easy. Hm. Okay, da bauen wir zwei Schalter für. Ja. Ja. Ah! Wo ist der andere? Oh, ne, ne? Okay, Toilette. Du musst runter. Ja, sorry. Aber, wir wollen... ... 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 Vielleicht... da unten eingesperrt. Oder gar nicht. Jetzt hier drauf. Und da ist er auch nicht. Hier ist in der Mitte. Auch nicht. Das hier. Wo ist er denn? Hm. Keine Ahnung. Weiß echt nicht, woher er ist. Hm. Irgendwo, ja, Alter. Ja, Alter. Ich wusste es. Oh ja, Alter. Ja, Alter. Ich hab ihn. Ja, hab ihn. Hab ihn. Ja, hab ihn. Hab ihn. Ich hab ihn. Ja, hab ihn. Ja, hab ihn. Ja, hab ihn. Untertitelung. BR 2018